Und wieder herzlich willkommen bei unserer wöchentlichen, täglichen, jährlichen, whatever Informationssendung. Heute widmen wir uns dem Thema Würde, Umgang, Nächstenliebe und Sozialkontakte und wie die miteinander umgehen. Was ich dazu sehr gerne sagen würde, wo wir eigentlich nur eine Sendezeit von circa zwei Minuten haben, ich habe ein Content für drei Stunden, wäre, dass wir uns jetzt mal auf die Münchner U-Bahn beschränken. Warum? Dafür jetzt ein konkretes Beispiel. Ich sage eine Situation, wie sie sein sollte und hinterher spiele ich sie nach, wie ich sie gesehen habe oder wie sie wirklich existiert. Hallo, dürfte ich Ihnen vielleicht die Tür aufhalten? Ich danke Ihnen, das ist aber sehr lieb. Darf ich Ihnen noch ein Bonbon anbieten? Vielen Dank. Setzen Sie sich doch, ich stehe gern auf. Ich lasse ältere Leute hinsitzen. Jetzt die echte Version. Guck mal, guck mal, Alter, guck mal, der schafft es nicht. Der Wichser, der schafft es nicht. Komm, mach die Tür noch zu. Guck, der Wichser hat es nicht geschafft. Meine Fresse, jetzt darf er warten. Oh, komm schon. Junger Mann, dürfte ich mich da vielleicht hinsitzen? Schieb ab, Alter, schieb ab. Meine Fresse hat überhaupt keine Ehre oder was? Nächste Situation wird er natürlich. Man fragt einen Ortsansässigen nach dem Weg. Musterbeispiel. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich nach Gauting komme. Aber selbstverständlich, meine junge Dame, du nimmst die S, S, Tja, da seht ihr, ich könnte auch niemand weiterhelfen, S179 und steigst in Gauting aus. Ich danke Ihnen. Wie kann ich das nur gut machen? Darf ich dir ein Bonbon anbieten? Selbstredend, ich danke Ihnen. Es schmeckt gut. Ich glaube, es ist Multivitamin. Jetzt die richtige Situation. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, können Sie mir vielleicht sagen, wie ich nach Gauting komme? Was wollt ihr Wichser eigentlich? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, können Sie mir, können Sie mir vielleicht sagen, wie ich nach Gauting komme? Ah, pff, es kommt ganz drauf an, was du mir für Frohendienste leisten kannst, ne? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, wie, wie, wie komme ich, wie komme ich, wie komme ich, Gauting? Ähm, gehst du einfach mal die Treppe da hinten hoch. Ich habe zwar in Wirklichkeit keine Ahnung, aber gehst du mal die Treppe da hinten hoch, damit ich dein hässliches Visage nicht mehr sehen muss, ne? Ja, traurig, aber warm. Und abschließend dann natürlich noch das Allerwichtigste, und das ist die Bedienung am Schalter. Hallo, ich würde gern eine Fahrkarte lösen. Ich hätte gern zweite Klasse, obwohl es in der Münchner U-Bahn keine erste Klasse gibt, egal. Oder vielleicht so ein Massagesessel beim Fahrer vorne drin, egal. Wohin möchten Sie denn bitte? Ich würde gern nach Neuperlach, Süd. Es gibt, glaube ich, auch keine Schalter, an der man U-Bahn-Karten kaufen kann. Ich kenne zumindest keine, die haben immer zu. Egal. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Das kostet so und so viel. Wünschen Sie noch zusätzlich eine Informationsbroschüre? Nein, ich danke Ihnen vielmals. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrem Service. Guten Abend noch. Jetzt wieder das Realbeispiel. Das ist sehr interessant. Entschuldigung, hinter mir stehen gerade 40 Leute, die es extrem eilig haben. Ich glaube, die Hälfte davon hat auch noch ein Bewerbungsgespräch. Aber weil ich so viel Zivilcourage besitze, dass ich auf die Jahre scheiße, brauche ich jetzt hier erstmal 50 Minuten und lasse mir jede einzelne Haltestelle und die Möglichkeiten, wie ich da hinkomme, aufzählen. Drei Stunden später. Ah, aber auf dem Plan sieht die rote Linie einfach erotischer aus als die blaue Linie. Ich weiß auch nicht. Wie komme ich denn da da hin? Ja, dann müssen Sie da und da hinfahren. Und wie komme ich da genau hin? Ah, da steigen Sie dort ein, steigen da um und dort hinten dann schönen Abend noch der nächste. Ja, das ist ja traurig mit den Umgangsformen heutzutage. Aber ich meine, wenn jeder von uns einmal am Tag nur nett wäre zu jemand anders, könnte dann die Welt nicht so ein Paradies werden? Stellen Sie sich die Frage, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Oder war das einfach nur ein Ausdruck unserer Einsamkeit? Ich bin Jonathan Ackroyd. Willkommen bei Psy-X-Factor. Guten Abend.